Stormgate ist eventuell die neue große RTS Hoffnung. Man muss sagen, der letzte Reveal im letzten Jahr war das glaube ich und am vorletzten. Hat irgendwie uns nicht so überzeugt. Mich auch nicht. Aber ich weiß halt, welche Leute daran arbeiten. Deswegen ist es für mich das RTS nach wie vor mit der größten Hoffnung. So und es gab einen kurzen Gameplay-Reveal. Was ist das, was wir gestern auch gesehen haben? Gab das eine Multiplayer-Partie? Oh, guck mal hier. Sniper-Micro. Hey, das habe ich noch gar nicht gesehen, glaube ich. Warte mal, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das war gestern nicht, oder? TLO ist da. Das war gestern nicht. Das TLO. Den kennen wir. Das ist der Scout, ne? Sind das Hunde? 7 von 12 Worker auf der Gold-Mine. Hi, mein Name ist Kevin Monk-Dong und ich arbeite auf Gameplay und Balance auf Stormgamer. Heute werde ich eine schnellere Expansion-Builder versuchen und dann versuche ich Tech-2-Hier-Tier-Uniten, um zu retten, was die TLO erzeugt hat. Die TLO-Rush natürlich. Klar. Oh, shit. Komplett Hosen unten. Zwei Worker weg. Drei. Irgendwie ein Schild auf den Workern. Warte mal. Er verliert sich, aber 4-5. Ja, das ist nicht gut. Das ist schon die Diva, die sagen. Sechs Worker verloren. Warum kämpft er mit den Workern? Ah, er hat da viel Worker-Damage gemacht. Also, ich habe eine ziemlich schlechte Einkommens-Disadvantage. Ich werde versuchen, einige wirklich snekige Taktiken zu versuchen. Vielleicht ein Upgrade, das die TLO nicht mit familiaren sind. Vielleicht vielleicht sogar sogar creepjacken. Das ist ein neutraler Creep. Plus 50? Warte mal, plus 50. Wir gucken, wir alle sehen gleich mal. Ist das? Geaimt? Sind das die Stankshot, oder was? Ich habe das geschaut. Aber ich habe fast geschlafen, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe einen Static-Mech-Army, ich glaube. Und ich werde alle Stankshots in den Taktiken bringen. Und ich habe einen ziemlich schlafen Weg hier. Zwei Seiten. Okay, es geht einiges ab. So, erst einmal kann ich persönlich sagen, ich bin direkt angefixt. So habe ich mir ungefähr das vorgestellt. Das sieht erstmal sehr positiv aus. Viele alte Gameplay-Mechanics, die wir kennen, aus StarCraft vor allen Dingen, sind drin. Direkt. Man fühlt sich direkt zu Hause. So, Grafik. Ja, ist halt Geschmackssache. Mir persönlich ist Grafik nicht so wichtig. Aber was für mich wichtig ist, ist, dass man einzelne Units sehr gut erkennt. Und dass das Spielfeld immer klar ist. Das ist hier auf jeden Fall gegeben. Also das ist klassisch wie in StarCraft. Du erkennst jede Unit auf den ersten Blick. Und die heben sich sehr gut voneinander ab. Also das heißt, es soll ja auch ein E-Sport-Game sein für den Multiplayer. Das sieht auf jeden Fall schon ziemlich nice aus für eine Pre-Alpha. Erstmal nur gucken, was kann man schon für Informationen ziehen zu dem Game. Okay. Also es gibt irgendwie diese Siege-Einheiten. Und die schießen Bälle. Die Frage ist ja, schießen die von alleine? Wahrscheinlich schon, ne? Aber wenn die von alleine schießen, dann schießen die wahrscheinlich immer auf das nächste Target oder so. Aber es könnte sein, dass es cool ist, wenn man die so spreadet, den nächsten Attack. Also den hier dort hin, den hier dort hin, den hier dort hin. Also es hat sehr viel Gameplay, sehr viel Micro-Potential, glaube ich. Anders als die Siege-Tanks in StarCraft 2, wo du nicht diese Prediction-Zeit hast, wo die Schüsse so instant sind, glaube ich, dass du hier... Vielleicht kannst du sogar mit diesen Siege-Einheiten den Attack auf den Boden schießen, bevor eine Unit in Range ist. Das wäre cool. Dann könntest du quasi Movement predikten und versuchen, über diese Bälle zu zonen. Auf der anderen Seite hättest du die Möglichkeit zu dodgen, weil die halt sehr langsam fliegen. Man sieht, wo die eintrifft, wo das auftrifft. Das sehen beide Spieler wahrscheinlich. Und du siehst, du kannst dodgen als der blaue Spieler. Aber du kannst als der rote Spieler kannst du, wenn du halt APM übrig hast, kannst du ordentlich spreaden und vielleicht so dein Damage optimieren, beziehungsweise den Gegner damit zonen. Die Units scheinen auf jeden Fall ziemlich stark zu sein, wenn die sie treffen. Zack. Halbes Leben von dem weg, halbes Leben von dem weg. Und der hat ein bisschen was bekommen, glaube ich. So, was sehen wir noch so? Wir sehen sonst so eher alles so Standard-Units. Das hier scheinen die Standard-Roten zu sein. Ich weiß nicht, wie die Fraktion heißt. Aber sollen die Roten die Menschen sein? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht eher wie Katapulte in Warcraft 3, genau. Aber Katapulte schießen auch ziemlich schnell. So, dann haben wir hier diese hier. Das scheinen so die Standard-Base-Units zu sein, die halt sehr groß sind. Und auf der anderen Seite haben wir eher sowas, was sich ein bisschen wie Zerk spielt wahrscheinlich. Sehr viele kleine Units. Keine Ahnung, was der macht. Dieses mit dem Auge. Und keine Ahnung, was die machen. Sehen wir das? Der fliegt hin und her. Und die kleinen schießen auch so kleine Schüsse. Also, was da direkt auffällt, ist, dass das Spielfeld sehr klar ist. Und dass man die Units sehr gut erkennt in jeder Situation. Und dass die Effekte halt nicht komplett... Also, dass die Sichtbarkeit wichtiger ist, als dass die Effekte alles quasi einnehmen, sozusagen. Das ist sehr, sehr gut. Das hat zum Beispiel auch eine große Schwäche von Age of Empires 4, dass du die Units sehr schwer auseinanderhalten kannst. Das ist hier auf jeden Fall nicht so. Hier siehst du auf den ersten Blick, okay, das ist die Silhouette. Das ist die Unit. Sowohl auch hier drüben, als auch bei den Roten, bei beiden Völkern. So, das hier sind doch Scouts, oder nicht, hier rechts? Wir haben noch so einen als Scout gesehen. Ich glaube, beide starten mit einem Scout, oder nicht? Also, sie sehen eher aus... Es könnte vom Gameplay sein wie Zerklinge. Das hier aber nicht wie Marines, sondern die bewegen sich eher wie Sniper. Wenn man mal darauf achtet. Also, man macht Stutterstep, aber das sind eher so Sniper. Die haben eine langsame Attack-Rage, aber dafür einen hohen Damage. Das sind Hunde, oder? Hallo, wink in der Hand. Hallo. Hast du das PR Face-Sheet noch nicht gesehen? Ich habe nichts gesehen, außer gestern die Präsentation in einer PC-Gaming-Show, und da habe ich fast geschlafen. So, was haben wir hier oben? Mili's anscheinend mit einem Schwert oder einer Lanze. In einem Dropship. Hi, Guys. Das ist TLO. Das ist TLO. Das ist TLO. So, was sehen wir hier? Wir sehen, äh, hier die Ressource. Wir sehen, ähm, sowas wie Gold. Ich nenn's jetzt erstmal Gold. Und es können bis zu zwölf Worker in eine Mine. So, das hier erinnert mehr an WarCraft 3 als in StarCraft. Du hast quasi eine Mine, und da schickst du die Worker rein. Und die spreaden sich so ein bisschen um die Mine, wie Worker, Villager in Age of Empires 4 um ein Gold fällt. Ähm, das sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus, muss ich sagen. Ähm, der Fokus liegt anscheinend eher auf Micro, also ein bisschen weniger auf Makro. Kann ich mir vorstellen. Also vielleicht geht's mehr in Richtung WarCraft 3, so auf den ersten Blick. Weil WarCraft 3 ist ja, also die sagen ja auch, es ist ein Mix zwischen WarCraft 3 und StarCraft. Ne, das sieht man hier direkt. Die haben hier, man checkt nur ein paar Worker auf die Mine anscheinend. Die Frage ist denn, wie schwierig ist expandieren? Ne, weil hier sehen wir ja nur One Base Play gegen One Base Play. Wie groß wird eine Partie, wenn beide Spieler auf einem Level sind? Äh, wird's immer auf einer Basis entschieden, wie in WarCraft 3? Oder ist es relativ leicht, sich eine zweite Basis zu gönnen? Ähm, oder sind wir irgendwo in der Mitte? Ne, das ist ja immer die Frage. So, dann sehen wir eine zweite Ressource. Ich nenne sie mal Steine, aber das sind irgendwie, also hat wahrscheinlich einen anderen Namen. Wenn man sieht, hier das Gold, hier den Stein und das hier ist keine Ressource, das ist Supply. Also da gibt's wieder sowas wie Supply-Dipots oder Pylonen. Das sind wahrscheinlich die Kleinen hier. Ähm, die Hauptzentrale, das Hauptgebäude gibt, ich nehme an, 15 und das Kleine vielleicht 10. Ist mein erster Guess. Ja? So, dann sehen wir auf dem Hauptgebäude einen Balken, der sich auflädt. Vielleicht sowas wie Energie im Nexus bei den Protos. Hm, und das ist erst mal, das ist es schon. Und dann gibt's ein Army-Gebäude direkt. Man sieht, glaube ich, nicht den kompletten Anfang, oder? Können wir mal gucken, wie sind die ersten Frames? So, man sieht nicht den Aufbau von den ersten beiden Gebäuden. Ich nehme an, dass man die nicht hat. Vielleicht startet man aber auch so und man kann direkt Units bauen. Weiß man nicht, ne? Wie jetzt genau das Early Game geskippt wird. Ähm, das sind halt alles Fragen, die bestimmen, wie schnell ist das Spiel am Ende, ne? Also ist das ultra fast paced. Weil ich muss sagen, die Präsentation macht den Eindruck, dass das Spiel extrem schnell ist. Also dass eine Partie 5 Minuten geht oder 7 Minuten. Ähm, aber es ist natürlich jetzt auch das erste Spiel, was gezeigt wird. Ähm, vielleicht gehen Partien auch 20 Minuten. Keine Ahnung. Äh, unten läuft eine Uhr. Ah ja, 1,24. Okay, das heißt, die Gebäude waren wahrscheinlich noch nicht da. Keine Ahnung, mit wie vielen Workern man startet. Aber man kann zwölf reinpacken. So, hier geht ein Worker los. Machen wir das Video jetzt ein bisschen leiser, weil das haben wir jetzt schon angesehen. Und der Worker wird zu einem Gebäude wie eine Drohne von den Zerg. Und hier ein zweites Supply Depot oder was wir da haben. Mal gucken, ob der Worker wieder rauskommt. Ich nehme an, ja. Weil das sind ja keine Zerg. Die gehen ja da rein. Das sind ja eher Ingenieure, die das konstrukten. So, und hier sehen wir, da kommt ein Scout. Und hat TLO auch schon ein Scout? Ja. Vielleicht haben beide direkt den Scout. Ach, hier sieht man auch. Das ist ein Hund. Vielleicht startet man mit einem Scout. Sehen wir hier in der ersten Zeit schon den Scout. Das ist die Frage. Ich glaube nicht, links oben auf der Minimap ist noch was. Kevin. Ich denke, ich werde etwas Light Harassungen machen. Vielleicht steht er rum. Ich glaube, da steht ein Scout rum. Vielleicht startet man mit dem Scout. Jetzt hat er sich kurz bewegt. Er benutzt ihn auf jeden Fall nicht aktiv. So, jetzt kommt der genischere Scout auf jeden Fall rein. Und es sind beides genau dieselben Scouts. Also sie spielen zwei verschiedene Völker, aber es sind beides Laser-Augenhunde. Die heißen auch wirklich Scout. So, Scouts machen guten Schaden gegen andere Scouts. Ich nehme an, die machen aber wenig Schaden gegen den Worker. Hi, mein Name ist Kevin Monk-Dong und ich arbeite auf Gameplay und Balance auf Scouts. Und TLO hätte den Scout hier töten können. Ich weiß nicht, wie so mit dem... Die spielen das gleiche Volk. Ah, die spielen das gleiche Volk. Okay. Ach, krass. Okay. Die spielen das gleiche Volk. Hm. Das macht natürlich dann alles Sinn. Okay. Ich glaube, TLO hätte den auf jeden Fall easy töten können. Aber er hat so einen Debuff drauf. Ich weiß nicht, ob das so ein 4 ist, dass der wegläuft. Der so ein... Warte mal, man sieht's gerade nicht. Der hat so einen pinken Debuff drauf. Also der läuft auf jeden Fall weg. Die Unit heißt Lancer. Okay. Die hat keine besonderen Fähigkeiten. Äh, 18 von 40 Supplies. Und wir haben angefangen auch jetzt diese Steine zu sammeln hier oben. Das würde mich natürlich interessieren, ob wir irgendwo sehen, wie das Steinlager aussieht. Ich glaube aber nicht, oder? Doch, hier. Das ist das Steinlager anscheinend. Ah ne, die 50 haben wir. Das ist kein Steinlager. Das ist, glaube ich, auch ein Army. Nichtsicher. Ob man dann extra Gebäude bauen muss. Hi. Beide haben den Debuff jetzt. Also TLO hätte ihn hier easy killen können, wäre er mit dem Hund drauf geblieben. Er hat ihn gewehren lassen. Easy wäre er gestorben. So, was haben wir hier? Hier sehen wir die andere Seite. Und wie er beschreibt... Wie ist sein Name? Äh, Kevin. Oder Monk. Sagen wir mal Monk, weil sein Nickname ist Monk. Steht doch oben. Äh, Monk. beschreibt, dass er expandiert. Er versucht also wirklich eine Fast Expandion. Sehen wir auch auf der Minimap. Er hat bereits die zweite Basis eingenommen. Und da scheinen schon mehrere Gebäude zu stehen. Also, äh, und wir sehen gerade, dass das der Weg zur Expansion ist und nicht zur Mainbase. So, und wir sehen ein neues Feature für StarCraft und WorldCraft 3. Nämlich, äh, durch Bäume durchgehen und dass man keine Vision hat, ähm, auf die andere Seite. Also, Shadows glaube ich auch da drin. Man kann vielleicht von, äh, von innen nach außen gucken. Aber nicht von, ähm, außen nach innen. So, und jetzt sieht Monk, dass TLO Units gebaut hat. Und er war viel zu gierig. Und kriegt das in Rush ab. So, das hier, ah, jetzt verstehe ich aber, ich war vorher nicht bewusst, dass es die zweite Basis ist. Dann ist es nicht so schlimm, weil er zieht jetzt seine Worker von der zweiten Basis, 3, 4, 5, 6, 7, die er schon extra gebaut hat, aus einem zweiten Hauptgebäude. Und, äh, kämpft mit denen, um hier gegen den Rush standzuhalten. Das heißt, es könnte sogar gut sein für Monk. Muss man dann halt gucken, ne? Weil TLO hat offensichtlich nicht expandiert. Ähm, der kommt hier mit einer direkten Rush-Armee rein. So, und das hier ist jetzt interessant. Erstmal baut er schnell einen Bunker, wie die Terraner. Äh, für die Bunker muss man nicht in die, ins Gebäude rein. Die anderen Gebäude wurden gebaut, indem der Worker im Gebäude verschwunden ist, wie ein Zerg-Worker. Aber für die Bunker muss man anscheinend, wie die terranischen Units, außen bleiben am Bunker. Oder da ist einer drin und die anderen können das boosten, ja. Ja, Bunker oder Turret, vielleicht ist es ein Turret. So, aber gleich passiert noch etwas. Jetzt. Und zwar ein blaues Energieschild. Wo kommt das her? Sieht man den Spieler klicken? Man sieht den Spieler nicht klicken, das ist Observer-Modus. Das sieht so aus, als würde es aus diesem Gebäude aktiviert werden. Das Gebäude wird auch in dem Moment fertig, oder? Ne, es ist schon länger fertig. Hm. Man hört es aber, die ist really. So, und jetzt ist Turret fertig. Die halten sehr viele aus, die Worker. Und das hier ist ein Kasern. So, und jetzt sind die ersten beiden Units auf dem Feld. Und die halten das hier easy. So, und man sieht, die Time-to-Kill ist ziemlich hoch, äh, direkt. Äh, ziemlich niedrig. Also eher Starcraft 2. Bei Warcraft 3 ist die Time-to-Kill ja, ähm, sehr hoch. Deswegen ist es ja auch ein ultra-micro-lastiges Game. Äh, mit wenig Units. Hier scheint es aber mehr auf viele Units wiederzugehen. Und hier sieht man, wenn die erstmal loslegen, diese roten Vulcans, da machen sie Damage. Aber die haben so ein bisschen Aufladezeit anscheinend. Vulcan-Max. Na, wobei, ne, es ist erst, wenn der zweite mit schießt, können die hier richtig rein. Der bleibt schon bei euch. Ich bleib noch ein bisschen. So, und hier auch interessant. Die passen nicht durch. Nur kleine Units passen hier durch. Das ist natürlich scary, ne? Das ist natürlich scary. Du kannst expandieren. Du denkst, du bist sicher. Aber kleine Units können durch. Das heißt, extrem anfällig für Rushes. Aber selber kannst du nicht chasen mit den großen Units. Hm. Sehr interessantes Feature. Da kannst du sicherlich viel Quatsch mit treiben. So, was sehen wir hier? Hier sehen wir die Worker auf den Steinen. Sieht man das? Ja. Zum ersten Mal. Die müssen also wirklich rangehen. Und da können nur vier von vier sammeln. Die Frage ist jetzt, gehen die zu diesem Gebäude hier zurück? Oder wohin gehen die zurück? Oder bleiben die für immer da? Sieht man nicht. Sieht man noch was hier? So. Ich weiß nicht, das sieht so aus, dieses Gebäude wie eine Raffinerie. Weil hier gehen die Steine rein. Also ich kann mir vorstellen, dass die abgeben müssen bei dem. Wenn man genau hinguckt, hier sind so Förderbänder. Und das geht da rein, das wird da so zermalmt. Also es kann sein, dass das die zweite Ressource ist, dass man das wirklich da hinsetzen muss. Und dann kannst du nochmal vier Worker da hinstellen. Hier wird irgendwas gepresst. Aber keine Ahnung, was das für ein Gebäude ist. Und das hier sieht anders aus als die Kasernen, die wir vorher gesehen haben. Diese hier, die sehen anders aus, oder? Ja, das sind andere Gebäude. Okay. So und hier sehen wir, warum man sich als StarCraft Spieler noch direkt wieder komplett zu Hause fühlt. Ein Dropship mit zwei Slots. So und das hier ist halt interessant. Also erstmal kämpfen die hier gegen Hühner. Und die Hühner sind nicht nur Critter, die du One-Shot ist. Sondern das sind anscheinend richtige, neutrale Units mit einem höheren HP-Balken, die auch Schaden machen. Und hier droppt eine pinke Ressource. Das hier ist ein neues Goldlager, eine neue Goldmine. Die Goldmine ist sehr angreifbar, wenn man da expandieren möchte. Weil man kann vom High Ground, von hier oder von dort und dort, kann man runterschießen auf die Worker, die dort sammeln. Aber hier droppt, es scheint wohl ein neutrales Camp gewesen zu sein, mit mehr als einem Huhn. Und hier ist eine pinke Ressource. Die Hühner sind Placeholder. Das kann natürlich sein, dass die Hühner einfach Placeholder sind. Dass die die Units noch nicht fertig haben. Das würde Sinn machen. Aber ich würde persönlich auch Hühner cool finden, als neutrale Mobs. So, ja, Dropship Micro, kennt man. Das sind jetzt wieder diese Sniper-Marine-mäßigen Units. Und man scheint die sehr früh zu haben. Die bewegen sich aber nicht genauso wie Marines aus Starcraft, sondern eher wie Sniper. Also die haben eine lange Nachladezeit. Und wir sehen hier eine neue Fähigkeit. Ein Charge von den Vulcans, von den Mechs. Und man müsste denken jetzt, dass das eine Fähigkeit ist, die man erforschen muss. Also zu 99 Prozent muss man die erforschen. Weil sonst hätte Monk die schon zur Verfolgung benutzt. Weil die können nicht nur in andere Units reinchargen. Und man sieht gleich noch einen zweiten Anwendungsfall. Der Charged, der Stunt auch. Hier haben wir einen Stun-Effekt. Und jetzt Achtung, das Huhn stirbt gleich. Der neutrale Creep. Und hinterlässt 50 Gold, sag ich mal. Also die Hauptressource. Das heißt, neutrale Creeps geben Ressourcen on Kill. Und hier liegt noch irgendwas zusätzliches, irgendwas Pinkes. Was könnte das sein? Ist halt die Frage, gibt es sowas wie XP oder sowas? Gibt es Units mit einem Veteranenstatus? Hm. So, dann sehen wir hier die beiden Chargen rein. Und wir sehen hier einen Heiler, oder? Hat er geheilt? Ja. Ich glaube, der heilt. Sieht so aus. Das sieht nach einer Heal-Animation aus. So, und ein gegnerisches Dropship. Und aus der hinteren Reihe sehen wir die Siege Unit, die wir schon besprochen haben. Und alles gepaart mit einem Medivac. Und hier ist weit wieder eine Heal-Aura drumherum. Zack, nicht getroffen. Und der Tank stirbt einfach. Und jetzt sehen wir, warum ich denke, dass das ein Upgrade ist von den Vulcans. Der Charge, weil er kann jetzt die Bäume dabei wegmachen. Zack. Die Frage ist, ähm, es könnte auch sein, dass man die vorher schon hat. Es könnte sein, dass die Bäume zum Beispiel auch nachwachsen. Ähm, weiß man alles nicht. Aber ich gehe davon aus, dass die nicht nachwachsen und dass man den Charge researchen muss. Das ist mein Eindruck. Ich wurde reingelegt. So. Die Unit-Combination bei TLO sind die ersten Units. Diese Marine-Sniper. Und wir haben diese Melee-Units mit einem großen Schwert und ein paar Medics, sage ich mal. Nenn ich sie mal. Hier unten ist übrigens irgendwas Blaues und hier schläft was. Vielleicht ist hier ein größeres Creep-Camp. Vielleicht gibt es auch sowas wie Boss-Camps auf der Map. A la Roshan aus Dota. Weiß man nicht. Irgendwas ist hier auf jeden Fall ab. Pre-Alpha-Template steht da. So. Ich glaube, nur diese Armee hätte Monkey Easy aufhalten können. Aber TLO ist natürlich ein guter Spieler. Und der greift die Verteidigung von zwei Seiten gleichzeitig an. Mit sehr vielen kleinen Units. Und wir haben hier nur diese drei Unit-Typen bei TLO. Nämlich die Melee's mit ihrem Schwert. Wir haben die Marine-Sniper. Und Medics. Ne. Hier haben wir noch weitere Unit-Typen. Was ist das hier? Was machen die? Das hier sind die Siege-Tanks. Das hier sind die Vulcans. Das sind die Turrets. Das ist ein Dropship. Ähm. Was sind die hier? Das sind Ranged Air-Units. Mit einem Mana-Balken. Aber sie attacken einfach das Dropship. Slash. Vielleicht ist das gar kein Dropship. Das sieht ein bisschen anders aus, oder? Ne. Das ist Dropship. Aber sie casten nicht. Das scheint Spellcaster zu sein. Aber die Energie wird nicht benutzt. Braucht TLO nicht. Hätte ich natürlich jetzt gerne noch gesehen, was die machen. Okay. Da sind die Medics. Die Marine-Sniper. Und die Melee's. Vulcans. Siege-Tank-artige. Äh. Also eher so Richtung Mech. Gegen Bio. Äh. Und das ist die. Das Menschen-Volk. Ne. Beide spielen das Menschen-Volk. Aus Stormgate. Das neue Menschen-Volk. Okay. Allgemein sollte es, glaube ich, drei Völker geben. Aber nicht sicher. Es gibt, glaube ich, die Dämon. Ich weiß aber nicht, ob man spielen kann. Äh. Und was gab's noch? Weiß ich nicht. Wir sehen ja auf jeden Fall das erste Volk. Okay. Sehr interessant. Gibt es noch mehr? Wie heißt denn die Website? So. Dann gibt es den alten Trailer. Äh. Die Screenshots kennt man schon. Das habe ich mir, glaube ich, schon mal angesehen. Hier ist nichts Neues. Okay. So. Das. So. Okay. Schauen wir hier. Anscheinend macht Reddit heute Protest. So. Aber hier haben wir einen Überblick. So. First look at Stormgate's two main resources. Luminite und Therium. Natürlich müssen die eine Ressource machen mit einem TH, H. Damit wir Deutschen uns wieder lächerlich machen. Wir nennen es einfach Therium. Okay. So. Primäre Ressource ist das Gold. Luminite. Used to pay for nearly everything. Can be mined by 12 B.O.B. Workers. Und Therium sind die Steine. Grey, glowing green, polyhydrons. Mostly used to pay for advanced units and structures. Also das Vespin Gas quasi. Ähm. Oder das Holz. In Warcraft 3 ist das ja die zweite Ressource Holz. Ne. Aber man hat vier Worker nur darauf gehabt. So. Dann haben wir die Units. Alle die wir gesehen haben. B.O.B. Äh. Das sind die Worker. Scouts sind die Hunde. Lancer sind die Melee's mit dem Schwert. Dann Exo. Soldier mit einem Rifle. Das sind die Marine Sniper. Mit einem Double Time Upgrade. Äh. Das Increases Movement Speed. Mit einer Movement Speed Mechanic. Die ein bisschen komplizierter ist. Mikropotential hat. Met Tech. Das ist der Medic. Äh. Und der hat ein Upgrade für ein Swarm of Nanobots. Die können attacken oder heilen. Cool. Atlas. Das ist der Tank. Cause Fire. Friendly Fire Damage. Die machen Friendly Damage. Okay. So. Da ist halt interessant. Inwiefern man die Micron kann. Dann haben wir ein Evac Transport. Haben wir gesehen. Das Dropchip. Den Vulcan. Haben wir gesehen. Das war der große Mac. So. Und dann die Gebäude. Wir haben den Command Post. Das Hauptgebäude. Das macht ähm. Das macht die Worker. Und. Ah. Okay. Das ist wie ein Starcraft. Wobei. Ne. Eher wie ein Warcraft. Dass du dein Hauptgebäude upgradest. Zum nächsten Tier. Und überlegen. Ist das bei Warcraft in jedem? Ja. Tier 2, Tier 3. Ja. Du hast ein Hauptgebäude und kannst zur Tier 2 und Tier 3. Gibt's noch nicht. Aber kommt. Upgraden. Äh. Command Post can trigger. Overcharge. On nearby. BoB. Also Worker Units. Aha. Und das war das blaue Schild, was wir gesehen haben. Das heißt, das erste Feature für den Command Post ist ein defensives Schild. Und Attack Speed Boost auf Worker zum Verteidigen für die Fast Expandion. Ah. Das ist als Fast Expandion Mechanic und Early Game Anti-Cheese Mechanic gedacht. Sehr, sehr cool. Das ist die Frage, ob man die Energie noch für was anderes ausgeben kann. Außer Attack Speed und Armor. Sollte noch einen anderen Use geben. Aber das ist der erste Use. Habitat. Increases Supply. Also Supply Depot. Barracks. Produces Tier 1 Units. Scout. Lancer. Exo. Und MedTech. Das alles sind Tier 1 Units. Also die Hundis. Äh. Die Lancer sind die mit dem Schwert. Exo sind die Sniper Marines. Und MedTech die Medics. Okay. Medics kann man direkt zum Start bauen. Hm. Ist aber wahrscheinlich teuer der MedTech, kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich kostet der bereits äh Therium. Aber sonst hätte Therium beim Rush bestimmt schon einen dabei gehabt. Da hat er nämlich keinen. Mac Bay. Äh. Okay. Der ist für Vulcan und Atlas. Also für den Mac mit der MG. Und den Siege Tank. Also das ist die Factory sozusagen. Therium Refinery. Haben wir auch gesehen. Ähm. Das ist. Muss man ein zweites Gebäude bauen. An. Das Therium. Und dort vier Worker einschicken. Außerdem kann man hier passive Upgrades erforschen. Biokinetics Lab. Research Upgrades for Infantry. Such as Lancer Shields. Ah okay. Lancer Shields. Äh. Haben wir die gesehen? Also sowas wie Combat Shields wahrscheinlich für die Lancer. Die Lancer sind die Meleys. Die kleineren Meleys. Machine Lab. Research Upgrades for Mechanical and Air Units. Has a Conveyor Belt. Also sowas wie eine. Äh. Ein Engineering Bay in Starcraft oder eine Schmiede. Und noch ein extra Tech Gebäude für Mac. Wie die Armory von den Terranern aus Starcraft 2. Äh. Sentry Turret. Target Ground and Air. Okay. 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 Das sind alle Gebäude die wir gesehen haben. Ja. Alles sehr basic. Aber. Man muss ja erstmal die Basics haben. Das ist ja eine Pre-Alpha. Alpha ist glaube ich immer der Zustand wo alles noch Subject to Change ist. Aber man schon mit der Produktion angefangen hat. Und Pre-Alpha ist im Endeffekt noch ein Schritt davor. Äh. Die Systeme laufen so langsam. Die Programmierung ist in einem Zustand wo man spielen kann. Aber alles ist Subject to Change im Endeffekt. Ähm. Ja. Sehr cool. Ähm. Sehr viel besserer Eindruck als letztes Jahr. Wo wir nur einen kleinen Cinematic bekommen haben. Ähm. Ähm. Ich bin persönlich sehr hyped. Muss ich sagen. Ne. Also. Das könnte das nächste geile RTS sein. Das fühlt sich ein bisschen an wie die StarCraft 2 Alpha Beta Zeit damals. Ne. Man sieht so die ersten Sachen. Und das ist alles sehr basic erstmal. Aber man muss halt erstmal gute Basics haben. Auf die man dann adden kann. Weil die ähm. Spiel Balance in dem E-Sport Titel ist halt sehr fragil. Ja. Ist halt super fragil. Ähm. Das heißt. Jeder kleinste Change ähm. Kann das Spiel komplett ändern. Deswegen erstmal so die Basics machen. Allgemeiner Eindruck ist. Es. Ja. Ist genau wie sie es beschreiben. Ein Mix aus Warcraft 3 und StarCraft 2. Es scheint ein bisschen weniger in Richtung Makro zu gehen. Ähm. Ressourcenmanagement und Basebau. Und. Sehr schnell in Micro. Also. Ähm. Army Fights. Und. Micromanagement. Also. Ne. Wie bewege ich meine Units. Wie kann ich alles aus denen rausholen. Scheint auf jeden Fall schneller zu sein. Als Warcraft 3. Ob es so schnell ist wie StarCraft. Schwer zu sagen gerade. Wir können mal sehen. Wann trifft der erste Attack. Attack. Bei. Fünf Minuten. Zwanzig. Trifft bereits eine Attack. Fünf Minuten. Zwanzig. In StarCraft 2. Ist aktuell. Ähm. Da ist. Das erste. Harassment. Passiert. Das heißt. Ein Oracle hat gehittet. Ein Medevac mit Widow Mines. Ist reingeflogen. Und hat gedroppt. Aber hier kommt direkt ein Rush. Aber auf einer Basis. In StarCraft 2. Könnte man rushen auch. Auf fünf Minuten. Auf einer Basis. Ist aber schon all in. Ja. So. Hier sehen wir einen Rush. Mit zwei. Ähm. Warte mal. Wie heißen die Kollegen? Lancer. Und die anderen sind die Exos. Lancer und Exos. Zwei Lancer. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Exos. Bei 5, 20. Und noch keine einzige Mech Unit. Mit einer Expansion. Draußen. Bei dem. Ähm. Beim Monk. Beim roten Spieler. Die Map. Sieht erstmal relativ klein aus. Eher wie eine Warcraft 3 Map. Aber Maps sind in frühen Versionen immer sehr, ja weiß man noch nicht. Ne. Die meisten Maps, die rauskommen in einem E-Sport Titel werden sehr schnell überarbeitet oder verändert oder komplett neu gemacht. Aber es scheint hier ein bisschen kleiner zu sein. Die Running Distance von Base zu Base ist relativ klein. Es gibt aber Points of Interest auf der Map. Wie wir schon gesehen haben. Neutrale Creep Camps. Die Ressourcen geben und noch irgendwas anderes droppen. Hier gibt es ein Herz auf der Minimap. Vielleicht kann man sich da healen. Vielleicht ist das ein Healbrunnen, wie aus Warcraft 3. Ähm. Und hier gibt es noch so ein besonderes Camp. Keine Ahnung, was das war. Das haben wir auch einmal kurz im Bild gesehen, als die da vorbeigelaufen sind. Ja. Und insgesamt sehen wir eins, zwei. Also hier Main Base. First Expansion. Second Expansion. So. Drei Base Setup. Ne. Das geht eher in Richtung Starcraft 2. In Warcraft 3 spielt man eigentlich auf einer Basis. Und manchmal expandiert man, wenn das Spiel sehr lange ist. Oder man ist Human. Und man hat meistens nur eine extra Goldmine auf der Map. Hier haben wir aber die Möglichkeit, ein Drei-Basen-Setup zu bauen direkt. Und sogar noch eine vierte, eine fünfte und eine sechste Basis zu nehmen. Die dann aber immer näher dran sind am Gegner. Und die Frage ist ja auch, ob jede Basis mit der Hauptressource auch die Nebenressource hat. Oder ob es eher so wie in Starcraft 1 ist, wo man die Expansion erstmal nimmt ohne zweite Ressource. Ich glaube nämlich, diese Basis hier, die rote Basis, die Second, also die Expansion, hat nicht die zweite Ressource. Wie heißt die nochmal? Äh. Äh. Therium. Therium. Äh. Ja, das scheint eine Luminite-Base-Only zu sein. Es sei denn, es versteckt sich irgendwie noch weiter unten. Genau. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, wir haben alles rausgeholt aus dem Trailer. Was wir bekommen können. Oder aus dem Gameplay. Sehr, sehr cool. Ähm. Ähm. Ab diesem Moment bin ich leicht gehypt, weil es geht wirklich in Richtung Starcraft und Warcraft. Und die mixen beide. Sehr, sehr geil. Ich hab gefragt, ob Leon und ich in die Alpha mit reinkommen. Wir haben uns natürlich auch beworben. Schon vorher. Aber wir gucken auch mal, ob wir, ähm, als Streamer auch in die Pre-Alpha schon reinkommen, die jetzt startet. Oder die Alpha. Die Closed Alpha. Damit ich euch mehr Informationen liefern kann zu Stormgate. Ja, bis dahin. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist für mich die neue RTS-Hoffnung. Da rede ich ja schon seit ein paar Jahren auch drüber. Und zum ersten Mal sehen wir, wie das Spiel werden kann. Das kann was werden. Ich bin sehr gespannt. Ich hab Bock auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr vielleicht sogar was zeigen können. Mal sehen. Aber nächstes Jahr scheint es dann ja loszugehen, ne? Mit Open Beta und so weiter. Mal gucken. Mal gucken, wie lange das dauert. Sieht schon in einem sehr spielbaren Zustand aus. Richtig nice. Alright. Ja. Mehr kriege ich hier, glaube ich, nicht rausgeholt. Ihr könnt euch ja auch noch anmelden. Hier auf der Stormgate-Seite. Ne? Für die Beta-Testphase. Die dann wahrscheinlich irgendwann Ende dieses Jahres. Anfang nächsten Jahres. Vielleicht startet. Mal sehen. Möchtung craft delegier автомобiletten. Untertitelung des ZDF, 2020